3 3 3 4 5 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 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 11 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 Die sind so 5 bis 6 Meter groß. Ja, ist er schon groß. 5 bis 6 Meter? Nein, noch kleiner. Aber halt, das ist nicht so normal, dass man den auch noch nicht so weit fliegt, sondern halt ziemlich groß. Wie sind die anderen? Die Riesen-Karmauer sind das nicht echte, die ganzen. Keine Ahnung, wie lange die genau sind, aber... Das sind die Wale ungefähr, oder? Hey, das ist ein Potwal, ich meine, wenn ihr das Gefühl noch richtig im Kopf habt. Das war ein Rittel von Potwal. Ja, ich habe keine Inimit-Angaben, habe ich nicht mehr im Kopf. Das gibt es dann nämlich voll die coolen Tiere.